Die Montage ist komplett montiert. Dann haben wir eine Putzflocke. Einmal haben wir eine Bedienungsanleitung, wo alles geschildert ist. Dann haben wir unser Gerät mit der Montage. Wir bauen ab. So ist die McQuick Montage mit der Verstellung. Ohne Werkzeug. Ich zeige euch die Ding. Oh, ist los. Also funktioniert nicht. Drücken. Verzahnung. Nächster Schritt. Einverzahnung mehr. Perfekt. So ist es eingestellt. Perfekte Design. Maß geschlossen.